Die Siehst du, hat das Schlimm? Hör doch durch! Was ist denn das? Vorderfüllung, Maske, Chef und Feier. Achso, ja stimmt doch. Und ich vermute mal noch eine Person Schauze. Dauert auf nichts, gell? Genau. Wobei ich werde fast bei jedem von ihnen gefragt, ob sie klar wäre. Und ich habe mir die Rasse vorhin auch nicht, aber wenn wir das Kind gemacht haben, dann hätten wir die doch mal gucken. Und ich habe mir dann den Sohn rausgeschickt. Aber ohne gar nichts raus. Aber ohne gar nichts raus. Das ist süß. Also Mama habe ich gesehen. Freude und Frau Kessler. Aber dann war das noch keiner. Und dann war das noch keiner. Ja! 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 So, das war ein vieler freier Laum.